Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Joy of Creation Story Mode. Heute verspreche ich mich, glaube ich, zum ersten Mal nicht bei der Anmode mit Five Nights at Freddy's, auch zum ersten Part, weil ich darauf geachtet habe da. Heute machen wir hier Office, also das Büro, und schauen mal, ob wir die Regeln, die wir beim letzten Mal erklärt bekommen haben und noch nicht so ganz verstanden habe, ich umsetzen können. Das ist nämlich immer schön. Halt die Fresse. Ja, ja. Ja, ja. Ist mir wurscht. Lass mich jetzt hier bitte endlich machen. Ach so, da war hier nochmal diese Chase Sequenz. Okay, so. Können wir jetzt endlich machen. Mit der Scheißsteuerung, muss ich ehrlich mal sagen. Kann ich... Ich kann hier nämlich auch nicht mit... Jetzt muss ich nicht mit der Maus klicken, um... Oh, ich kann hier in den Kameras mich bewegen. Das ist ja geil. Die Sache ist, ich weiß, ich soll die Kameras auf Foxy checken. Was wahrscheinlich erklärt, warum ich mich hier so bewegen kann. Weil ich halt wahrscheinlich hier den Raum checken muss. Oh. Jetzt muss ich... Jetzt ist die Steuerung nicht mehr so scheiße wie vorhin. Also vorhin. Letztes Mal. Oh, da ist der Typ. Ich soll Freddy ja bekämpfen. Ja. Bei der Kamera muss ich nach links schauen. Weil es ein bisschen arschig ist. Weil ich bei denen einfach nur ein bisschen nach rechts schauen muss. Aber ich glaube, langsam kriege ich es hin. Ja, jetzt hat er wieder geklopft. Ich glaube, man sieht, wenn er... ...Kika appeared again. The stain on the wall came back, too. God, I... ...und'oh, es ist so... ...horrifying. Sie just... ...wiggles und frithes back und fort... ...tryin zu gehen. ...Ih... 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 ...ah... ...how to stop her, though. ...But whenever she shows up... ...Ih... 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 ...cupcakes... ...Just... ...Just appear in my room. ...Or... ...Next to my room. ...Ih... ...Weidens im outside the entrances sometimes. Das heißt, search the room. Heißt das, ich muss der jetzt überall, nachdem ich Foxy einmal verjagt habe, das heißt, ich muss Foxy jetzt aus jeder Kamera jagen und dann dort nachschauen, oder was? Ich glaube, das ist so z... Bitte stirb jetzt nicht. Ich bin noch nicht tot, es hat funktioniert. Ich habe instinktiv, glaube ich, richtig gehandelt. Ich muss in die Kameras schauen und dort appearen dann irgendwo diese Cupcakes und da muss ich halt Foxy wegjagen. Er ist schon wieder links. Ho! Da war Foxy! Der ist gerade gespawnt! Hure! Deswegen kann ich die Kameras auch drehen, weil ich muss ja nicht nur Fox... Was war das gerade? Ho! Ich habe da gerade irgendwas seltsames Schreien gehört. Das kommt da raus! Aber es ist nicht schlecht. Was ist diese Musik jetzt? Hops! Ihr habt es ist eine Kamera. attempted das! Mann, 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 ihr habt eine meiner Kameras verlor. Ich glaube, was passiert. Er hat sich nicht, was du gerade kameras gemacht. Und als ich erfohlen, er war da, er hat man erledigt. Das macht nicht das! Nee, Mann, Mann! Das haben Sie! Ich... Ich... ... ... ... ... ... ... ... Ich habe gewusst, es hat nicht funktioniert. The cupcakes can appear all around your room. Listen for their screeches. Aber ich habe in die Kameras geschaut. Ich habe sogar links gecheckt, habe einen Cupcake dort geskehrt mit dem Taschenlampe, habe dann das gehört, habe nochmal links geschaut und da war nichts mehr. Wollt ihr mich verarschen? Geht's mir nicht jetzt am Sack? Ja, halt die Fresse. Was heißt denn hier around the room? Heißt das, die, die, die verstecken sich hier in die... Die können sich hier... Die können sich hier auch irgendwo verstecken. Vielleicht dahinter? Vielleicht bei dem Ventilator? Da kommt es wieder. Oh, hier ist noch... Also überall, wo Licht ist. Oh, überall, wo Licht sind, können die sein. Also in den Türen, weil da ist überall Licht. Also links nicht. Nein, nein, nein. Setz dich hin. Es geht aus. Shit, jetzt habe ich Foxy vernachlässigt, aber... Das heißt, die können sich dort verstecken, wo Licht ist. Also die Orte halt, die angescheinend werden. Das ergibt Sinn. Glaube ich. Das ergibt zumindest... Ich weiß nicht, was der meinte mit... Eine Kamera ist irgendwie broke. Wirklich keine Ahnung, was der damit meint. Wir haben Freddy übrigens noch nicht gesehen. Da habe ich ihn gerade an der Kamera gesehen. Schauen wir jetzt mal... Ah! Ah! Ah, es sind drei. Okay, irgendwo habe ich gerade klopfen gehört. Da. Und ich vielleicht auch da. Ja. Das heißt, der lädt sich da auf. Und wenn ich ihn wahrscheinlich vor... Wenn der fertig aufgeladen hat, und ich habe ihn noch nicht angeschaut auf den Kameras, kommt er wahrscheinlich rein. So in etwa wird das Spielchen ablaufen. Irgendwie... Freddy ist halt... gerade nicht aktiv. Nicht, dass ich mich beschwere. Ah! Ich höre es wieder. Ja! Ja! Jetzt die Kameras. Nicht, dass Foxy irgendwie was Böses macht. Und jetzt hier. Ach hier. Das war gerade ein bisschen sehr nah von ihr. Ach hier. Ja! 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Jetzt bin ich blind Zumindest dort Jetzt bin ich am Sack, oder? Kann ich jetzt überhaupt noch gewinnen? Ja, ich bin es. Oh, shit. Jetzt geht's hier wieder alles in den Arschzustand. Oh, und wieder Chica. Mit ihrem... Ich weiß nicht, was das gerade zu bedeuten hat. Es ist nicht cool. Oh, gut, dass ich... Das scheiß, ganz heftige Chica-Poster jetzt. ...anschauen muss. Aber ich schlage mich gut. Ich meine, es ist 5. Das ist mein erster Attempt heute. Das könnte was werden. Wenn das wie in Five Nights at Freddy's 1 ist, darf ich mich jetzt nur nicht bewegen. Ja, es ist wie in Five Nights 1. Damit ich die Kopfhörer nicht kaputt mache. Ne. Bitte töte mich nicht. Bitte. Es war so knapp davor. Ich habe doch nicht einmal Power, die ausgeht. Warum bist du jetzt hier? Ich kann es schaffen. Ich kann es schaffen, glaube ich. Die Uhr über ihm zeigt übrigens genau 6 Uhr, also... Ne, halb. Scheiße. Funktioniert die doch? Ja, komm, bitte. Ein paar Sekunden noch. Irgendwann... Musst du... Ich bin tot, oder? Oder? Ja, ich bin tot. Ah, scheiße. So knapp. So verschissen knapp. Jetzt ist das... Ne, keine Ahnung. Es war so knapp davor, glaube ich. Ah, dammit. Ich hasse das. Come back. Haben wir es doch richtig? Ne, wieder retry. Freddy tries to hide away from the view of the cameras. Make sure to look all around the room for him. Okay, das heißt, wir müssen auch immer Freddy finden und den so flashen, oder wie? Halt die Fresse. Die müssen ja dementsprechend hier... Nein! Nicht du schon wieder! Jetzt bin ich auf und niedergegangen. Das hätte ich nicht tun sollen, oder? Ich hasse es! Was haben wir denn falsch gemacht? Ja, was haben wir denn falsch gemacht? Ich meine, ich habe keine Ahnung mehr, was ich tun soll. Ich überlebe. Es wird 5 Uhr. Es wird rot. Und dann endet es. So. What the fuck? Ganz einfach. What the fuck? Ja, geh in den Arsch, komm back. Freddy tries to hide away from the view of the cameras. Make sure to look all around the room for him. Das habe ich doch gemacht, aber ich habe ihn nicht gefunden außer auf der linken Kamera. Halt die Fresse. Wo kann er sich denn hier verstecken? Vielleicht da ganz rechts hinten? Hier habe ich wirklich keine Ahnung, wo er sein könnte immer. Ah, da hinten! Okay. Das ist gut. Die Sache ist, ich muss dann die Kamera halt langsam bewegen. Ich weiß halt jetzt nur noch nicht, wo er in der Mitte ist. Weil irgendwann kommt dann ja Bonnie. Und Bonnie darf ich nicht anschauen. Das heißt, wenn Bonnie dort ist, kann ich halt Freddy nicht sehen in dem Moment. Aber das sollte vielleicht gar nichts mal machen. Und ich glaube, er kommt erst, sobald der Sprecher wieder sagt, ah, da war jetzt Bonnie mit der Kamera und bla. Das heißt, rein theoretisch, wenn die Strategie, die ich mir jetzt zurechtgelegt habe, stimmt und ich weiß jetzt auch, wo er ist, wenn er links ist. Da muss ich dann nur leise sein, dass nicht Freddy der, äh, Foxy der, weil er an die Tür klopft. Ich wollte gerade sagen, bin ich jetzt tot, weil ich irrtümlich zu früh weggeklickt habe. Ein Cupcake fehlt noch! Ich glaube, das war sehr knapp. Ich glaube, das war sehr knapp. Nein! 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 Da war ich jetzt zu. Okay, ich glaube, der Clou ist, bis Bonnie aktiv ist, muss man einfach schauen, dass man Freddy flasht wie ein Wahnsinniger. Und halt nicht gleichzeitig an Foxy stirbt oder an Chica. Ich glaube, am Anfang ist es wirklich, du musst am Anfang halt viel Freddy-Stuff machen, damit dir das später nicht mit Bonnie in die Quer kommt. Das wäre zumindest relativ intelligent, wenn es so gedacht wäre. Okay, jetzt Konzentration, ich glaube, ich glaube, ich muss die Uhr wahrscheinlich einmal komplett, also zwölfmal, das schaffen. Was eigentlich scheiß viel ist, weil das noch eine weitere Sache ist, auf die man halt immer achten muss, dass man Freddy auch gut erwischt. Vielleicht sollte ich den Typen reden lassen, vielleicht macht das die Nacht ja im Allgemeinen ein bisschen länger. Was in dem Fall ja gut wäre, weil sie ist nicht so schwer. Es ist halt nur die Sache, wir haben es ja schon zweimal geschafft, nur dass halt mit Freddy irgendwas nicht gestimmt hat. Ich bewege mich wieder nicht, vielleicht hilft's. Aber ich glaube, ich bin in dem Moment jetzt schon tot. Shit! Ja, ich glaube... Ich glaube, das war's jetzt. Was für eine Scheiße, ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Die Scheißuhr tickt und tickt und tickt und verschimmelt immer mehr und ich habe keine Ahnung. Ich meine, wir haben es diesmal auf sieben gebracht, wir haben es einmal schon auf zehn gebracht, glaube ich. Das heißt, wir müssen es garantiert einmal komplett. Okay, ich werde diesmal probieren, weil manchmal gibt es ein Lachen und ich glaube nicht, dass das Bonnie ist. Ich glaube, dieses Lachen von... ist ausschließlich von Freddy ist... Und vielleicht ist er dann immer dort. Ich probiere es jetzt noch einen Versuch, weil mehr Zeit und Lust habe ich dann auch nicht mehr. Außerdem wird mir wird die Cut-Arbeit von fast einer Stunde Aufnahme wirklich heftig werden. Ja, jetzt ist es schon zwei. Aber wir haben ihn doch eigentlich erst einmal geflasht. Ja gut, Kleinigkeiten, gell? Und da. Teilweise ist die Maussteuerung dann nicht so ideal, muss ich sagen. Und what the fuck ist jetzt los? Das war gerade weird as shit, Bugs. Und aus irgendeinem Grund ist der immer noch da. Irgendwo hier muss noch was sein. Ich muss... Okay, das ist immer sehr gruselig. Ich glaube, das macht Chica nur, wenn es gegen Ende geht. Das ist Bonnie gerade. Keine Ahnung, was... Nein! Woher kommst du denn? Ich habe doch gerade in die Kamera geschaut und da war nix. Oder ist es... Scheiße, ich war so knapp dran. Nee. Nee. Ritumenier ist... Für heute habe ich leider keine Zeit mehr. Das war jetzt eine Stunde. Der Raum sackt hart. Aber beim nächsten Mal werden wir uns hier um ihn kümmern, der es wahrscheinlich erst übermorgen leider wieder sein wird. Also am... Donnerstag oder Freitag. Ich muss schauen. Aber ich kann spätestens am... Frühestens am Mittwoch wieder aufnehmen. Von daher... Sicher erst Donnerstag. Und bis dahin sage ich dann... Tschüss, Leute. Drei... Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020